Wir sind hier mit Niklas von Yolo Touré. Niklas, ihr seid in der Saison noch ohne Niederlage. Habt ihr vor der Saison so gut trainiert oder woran liegt es? Ja, wir waren im Trainingslager auf dem Vasen. Da haben wir gut trainiert, haben wir auch gekickt. Ja, wir machen viel Sport. Okay, heute mit dem 2-2 zeigt die Formkurve ein bisschen nach unten. Was war heute los? Ja, gut, die Sonne macht uns ein bisschen zu schaffen. Ein paar Verletzungen, es zwickt überall ein bisschen. Wir sind halt schon mitten in der Saison, ja. Bleiben wir nicht verletzungsfrei. Beim Kickpoint haben sich deine Leute aber jetzt nicht irgendwie kaputt gemacht, oder? Nee, nee, das auf keinen Fall. Da haben wir jetzt auch nicht so souverän abgeschlossen. Ja, passiert jetzt alles. Ein Satz zum Rest der Saison, was habt ihr euch vorgenommen? Ja, ich will jetzt ja nicht arrogant klingen, aber zum Finaltag wollen wir auf jeden Fall dabei sein und aus Trikot überstülpen wollen. Alles klar, danke dir.